Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Unravel. Beim letzten Mal waren wir am Meer. Ich bin mal gespannt, wo es uns jetzt hinführt. So, erst mal wieder hier drauf. Na ja, zwei von fünf. Schade eigentlich. So, jetzt waren wir hier am Meer. Wie viele haben wir da auch? Zwei. Es sind wahrscheinlich immer fünf. Oh, Bärenmoor. Da kommen wir direkt als nächstes hin. Das ist praktisch. Da müssen wir nicht da oben rum springen. Alles klar. Bärenmoor. Die bin ich auch mal gespannt. Puh. Ich finde die Grafik immer noch mega geil. Und die verändert sich halt auch nicht. Kennt ihr noch? Da könnt ihr euch noch daran erinnern, bei, äh, zum größten Teil ist mir das aufgefallen, bei Zelda-Spielen oder auch allgemein bei älteren, äh, PS3-Spielen auch. Äh, dass die Grafik bei den Cutscenes halt immer so richtig schön war und im Spiel dann halt so, bläh. Und das ist hier überhaupt nicht der Fall. Ey, guck, ich, äh, ich, äh, das könnte man so screenshotten als Wallpaper benutzen. Also, das ist so cool. Ich gucke mir jetzt mal am Boden um. Aber ich glaube, wir können uns am Boden um, damit ich weiter umgucken. Aber warum? Hä? Warum sollte ich denn erst da an das Ding? Hä? Das ist total schwachsinnig. Oh, da muss ich ne Brücke bauen vielleicht? Äh, äh. Hupsala! Und halbtot. Okay. Ich gucke mich erstmal hier wieder ein bisschen um, weil ich will halt von diesen Erinnerungen, also von diesen Blumenknöpfen, da halt echt keiner befassen. Hä? Ich versteh das gerade. Irgendwie ist es wirklich warm, sind die da oben überall? Überall diese Beziehungen dranhangeln und... Hä? Keine Ahnung. Ich geh einfach mal weiter. Oh, das sollte wohl so sein. Okay. Oh, es treibt. Siehst du, wie diese komische Flasche... ... oder was das da war? Dieses Plastikteil. Diese kleine Mini-Muhe. Okay, das wahrscheinlich nicht. Hups. Ja, gut. Und wie komm ich da jetzt hin? Ah. Ah, okay. Verstehe. Jetzt hat das gar nicht so lange festhalten brauchen. So, ich empfohle ich mir das jetzt erst mal. Und das geht hier auf die Kante. So. Und dann wieder nach oben. Und dann... Nein, das haut ja auch direkt ab. Das ist ja doof. Wartet mal. Ich knutze mich daran einfach mal fest. Dann kann ich es wahrscheinlich wiederholen, oder? Ich muss da, glaube ich, mit dem Kopf. Wartet mal eben. Das ist jetzt da, wo ich es haben will. Es treibt halt die ganze Zeit weg, ne? Das wird... ... ein bisschen kniffliger hier. Da ist ja direkt weggetreut. Was ja auch logisch ist, weil... ... da kommt ja Wasser raus. Oder? Das ist ja so. Ich glaube, ich muss mich da festmachen und dann direkt auf das, ähm, hier wieder auf mich. Weil das Problem ist halt, dass das Holzstück ja direkt weggeschwemmt wird und wie kriege ich es hin, dass das nicht passiert? Und ich komme ja auch nicht runter. Ich kann ja nicht springen. Ich müsste ja dann quasi loslassen und das geht ja auch nicht. Mich daran festbinden bringt halt auch überhaupt nichts, weil, äh... Ah, warte mal. Andere Idee. Vielleicht springt ja das los. Weil es treibt zwar jetzt weg, aber nur noch fest. Weiß. Das kommt nicht hin. Das kommt dann auch nicht hin. Ja, würde ich sagen, fail, ne? Oder? Oder? Haben wir noch da? Ganz ruhig. Tricky Aber es scheint Nicht zu klappen Zumindest Ich weiß es nicht, ich probiere es gleich nochmal so Das traue ich jetzt gar nicht Aber so schafft das ja So, jetzt hängt das ja da dran Quatsch, wieso Jetzt machen wir Folgendes Man kann ja nicht umsonst drauf stehen Wenn ich jetzt runterspringe, dann habe ich ja Wasser, ne? So, wir warten mal ganz kurz Ich fasse es jetzt einfach nochmal Ui No, vielleicht kann ich das nicht so Wissen wir da machen? Ich weiß es nicht So, ich tote mich jetzt hier drin fest Hote ich mich dann daran fest? Lass mich jetzt Was ist nicht ? Ja Ich weiß es nicht was ist ich weiß es ist Ich bin absolut unseher, ob das funktioniert. Was muss das irgendwie, wenn ich das festbinden glaube ich? Weil es haut mir ja direkt ab. Die Frage ist halt nur, woran muss ich es festbinden? An mir oder vielleicht auch an den... Das habe ich ja schon gemacht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich muss da ein, wo da Schmetterlinge ist. Das ist mir schon klar. Und es tut mir leid, dass wir da jetzt wieder so ewig lang dran hängen. Aber ich muss ja auch irgendwie erstmal schauen. Mal gleich hier festknoten lassen. Dann geht es ja nicht weiter. Das haben wir ja schon festgestellt. Ich muss das voll laufen lassen. Ich muss das mal heben. Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Nein, auch nicht. Okay. Boah, das ist echt tricky, Leute. Ich stelle mich grad total dumm an und ich weiß, ich... keine Ahnung. Nein, 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 nein. Das schafft er nicht. Okay. Ich habe mal das... Also das ist schon mal eine gute Idee. Würde ich sagen... Jetzt bin ich da auch gestorben. Okay. Kann passieren, wie man gesehen hat. Jetzt habe ich mich da festgestellt, ne? Ich trottel... Ich glaube, das ist ein guter Plan. Wie ich das klapp gemacht habe. Oh, was? Oh nein. Oh nein. Ich wurde davon getroffen. Ähm, pass auf. Ähm... Das... Das... Binde ich an mir fest. Ich schiebe das so jetzt mal rüber. Dann komm ich hier hoch. Ich zieh das... runter. Dann geht's nicht, weil es kein Gegengewicht hat. Das ist nicht wegen dem da... Und... Und... Ah, halt... Ne, ich mach das erst mal los. Alles erst mal los machen. Okay, den Kloten entfernt. So, jetzt einmal... Den Kloten entfernt. So, jetzt schlippelt sich das erst mal wieder auf. Dann... Dann mache ich einmal das und einmal das. Und es bleibt so unten. Okay. Das ist gut. Das ist gut zu wissen zumindest. Jetzt geht's wieder runter. Okay. So, Problem Nummer eins. Es ist aber jetzt halt, dass ich das vorhin falsch gemacht habe. Wahrscheinlich. So. Wir fangen nochmal an. Wir nehmen einmal unser Dingeling. Und Knoten das an uns. Dann... Da hoch. So. Dann ziehen wir uns da hoch. Knoten das Fett. Und uns da hoch. Und dann da drauf zu sprengen. Was wir... Gerade so schaffen. Und haben es geschafft. Oh Leute. Ich hoffe, dass wir jetzt so ein... Ähm... Ich muss das... Mit dem... Da unten ist ein ganzes Zwischenspeicher. Ich bin froh, dass es das da unten gibt. Dann müssen wir das nämlich nie wieder machen. Aber... Krass! Jetzt eigentlich... Wir haben... Wir haben jetzt zwei Zentimeter zu wenig Garn. Spiel, tu mir das jetzt nicht an. Ich meine, ich kann ja nichts dafür, wenn da so ein dicker Stein ist. Jetzt haben wir sogar noch kürzer. Weil wir uns festgepumpt haben. Ey, da unten ist das Garn, Leute. Wir kriegen das jetzt nicht, weil uns ein halber Meter Garn fehlen oder was? Hä? Irgendwas habe ich falsch genommen. Ja. Ich hänge immer noch mal dran, oder? Ja, ich hänge immer noch an dem Ding dran. Will ich das nochmal? Ey, das kann doch jetzt nicht sein! Wieso? Ich kann doch jetzt nichts mehr machen. Jetzt habe ich das geschafft! Und komme nicht ans Garn dran! Weil ich denke, dass dieser halbe Meter da unten nicht hängen dürfte. Aber ich weiß es... Wie soll ich denn das Sand haben? Leute! Wie bitte? Ne, oder? Ich bin gerade so banal! Aber ich kann mir ja jetzt auch nicht jedes... Oder vielleicht dort und das so ein bisschen... Oh mein Gott! Leute! Ich hätte das nicht nochmal gemacht! Ich weiß nicht, was das hier sein soll. Ich weiß nicht, was das hier sein soll. Ob ich mich hier festboten soll oder nicht. Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht von Vorto? Ich mach's mal! Ah! Wow! Uh! Gut, dass wir gespeichert haben. Ja krass, das hätt ich jetzt auch nicht erwartet vom Spiel, das ist, äh, äh, kurz warten, das ist ja so blöd wieder ein bisschen, aber hier direkt das nächste Speicherziel Oh nein, hoch, 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 da war eine Blume, ein Knöpfle, so, sehr schön, jetzt kommen wir weiter. Oh Gott, aber wieder, wie gesagt, sehr, sehr cool, ist auch so ein bisschen diesig geworden jetzt, ne? Ja, das ist unser nächster Baumstumpf, genau, unser nächster kleine Ast, aber ich glaube, den muss man einfach mal reinstehen, wenn der Schwung in mir stand, ja. Oh, eine Erinnerung, oh, oh, ich weiß gar nicht, wenn mir weh tut, nein, äh, Mücken oder Motteln, ich weiß es nicht, auf jeden Fall irgendwas, was mir eventuell einen Schaden zu tun könnte, ich glaube, ich brauche meinen Ast weiter, ja, was am Dabba? So, und dann weg, 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 doch bitte alle weg, wieso komme ich nicht weiter? Ich sterbe doch bis dahin, oder nicht, äh, ich sterbe auch gerade, glaube ich. Jupp, ich bin kläglich ertrunken und wurde zerstochen, äh, ich, äh, ich würde ganz gerne mal Kaufen machen, aber es klappt nicht, äh, geht weg, geht weg, geht weg, geht weg, geht weg, ich teile mir doch nur mit meinem Stück Ast, Oh Gott! Ah, die bringen uns halt echt um, ne? Oh, geschafft! Ist da oben irgendwie hoch. Weiß aber jetzt nicht wie. Ui, hui, hui, nein, auch so nicht. Ah, doch, äh, wartet. Kletter, 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 kletter. Wir haben eine Sprungbrett gemacht. So, und hopp! Und das ist natürlich, äh, so manchmal ist wahrscheinlich eine, eine andere Reihenfolge relevanter. Aber, äh, äh, zieh dich hoch, zieh dich hoch, zieh dich hoch, zieh dich hoch! Aber, das wird ja eigentlich so... Hä? Wollen wir doch schwingen? Das schafft er nicht. Ne, das schafft er nicht. Knoten. Hops! Und... Knoten. Ja, jetzt haben wir ein bisschen mehr fahren. Und hopp! Und speichern! Sehr gut! So! Dann geht's irgendwie da oben weiter. Oh! Schon recht matschig hier! Oh! Ich glaub, ich muss das da oben mit dem da unten verbinden. Da oben ist schon wieder so eine, ähm... Wie komm ich da hin? Wie komm ich da hin? Ich habe keine Ahnung. Ich, äh... Such mal... ...zu schwingen. Hui! 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 Und dann macht er das. Was ist denn das hier? Links. Okay. Das ist eigentlich... Das ist... Die... Die... Die Wippe. Die Wippe. Wie... Meißer ich... Die... Vielleicht auch noch einfach erstmal... ...hoch. Ah, ist auch falsch für ihn. Die muss ich erst unten und dann unten. Ich muss hier nicht so... Ah! Oh, ich habe mich hier schon vergroten. Vielleicht ist das weh. Ah! So. 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 So, wie komme ich jetzt, äh... Ne, also das können wir nicht anbreisen. Das ist natürlich dumm. Ups. Ah! Verstehe! Ich verstehe! Ideell! Hopps! Äh, das ist... Das ist dumm gelesen. Ne, jetzt hab ich's abgemacht. Verdammt. Das war blöd. Ich dachte, vielleicht müsste ich mich nochmal... ...ne Knote... So, einmal Knoten hier. Einmal Knoten... Äh! Einmal Knoten da, bitte. Und... So, dann we have... ...nothing. Gut. Das erzähl ich doch. Du bist doch... Hä? Welches doof? Oh, hä? Hä? Habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Muss ich jetzt mal... ...mich drauf an den Knoten? Hä? Was hab ich jetzt falsch gemacht? Hä? 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 Das... Ich hab dann erst mal in den Knoten hier hingefallen. ... Ist der noch schon... Hä? Was hab ich denn jetzt falsch gemacht? Die Aufnahme eigentlich schon beendet und ich weiß es gar nicht. Och man. Ich bin grad irgendwie unfähig. Hä? Ich fahre schon da oben. Och man. Was hab ich denn falsch gemacht? Leute. Äh? Vielleicht hab ich auch einfach komplett alles falsch gemacht. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht muss das auch so gemacht werden. Vielleicht muss das auch so gemacht werden. Hier komm ich so anders. Was? Ah! Wo komm ich da jetzt dran? Wie kann ich noch mal Sachen packen? Gar nicht. Also so kann ich so, aber es geht nicht. Hä? Wie? Wie? Muss ich das tun? Ähm. Ich hab die Folge grad übelst lang, oder? Kann das sein? Das... Wie? Ich krieg' n'erstes Blümchen. Fragezeichen. So, ich stehe jetzt wieder zurück. Hä? Ja, keine Ahnung. Ich bin gerade so ein bisschen verarscht. Das ist das gerade so so semi. Ich meine, ich könnte mir zwar das Garn da oben holen, aber nee, ich will ja hier den Quatsch Was passiert ist? Das wäre witzig, wenn ja. Ich habe das Gefühl, da fehlt noch ein Ball. Ach, da fehlt es tatsächlich. Krass, das war jetzt purer Zufall, Leute. Es war purer Zufall, dass ich da jetzt gerade reingegangen bin. Oh Gott. Ja gut, dann haben wir es. Hops. Und dann können wir weiter Wie komme ich da hoch? So nicht. Hä? Ja, warte mal. Nee, geht da gar nicht. Wie komme ich jetzt weiter? Nein! Wie komme ich da hoch? Hä? Oh Mann, Leute. Was soll das Spiel? Was macht das denn mit einem? Ich brauche das Garn. Wir sind aber irgend so dann hoch, so sehe ich gerade, ne? Deswegen ist da auch ein Ofen wahrscheinlich. Hä? Hä? Was denn? Wie denn? Wie? Wie? Hier geht nicht? Oder muss ich mich halten? Nee, der will ich ja nicht helfen. Hilfe! Nee, ist hier ja nix zum... Nee, ist hier ja nix zum Festmach. Ich habe so ein ganz großes Gefühl, dass ich einer, ich ist aber jetzt auch kein weiterer. Nein, ich kann jetzt hier, dass ich vielleicht diese Baumstämme, um hier hochzukommen. Ich habe so viele Schäden an der in der Mitte eines an der Mitte des entgegents. Aber das ist nicht so. Es ist halt so komisch, dass ich die runterrunden kann, aber ich glaube, das soll uns nur mal wieder verwirren vom Spiel aus. Vielleicht komme ich hier auch nicht mehr. Ich komme ja hier gar nicht weiter. Ich muss da oben irgendwie lang, aber wie? Das weiß wieder keiner. So, ich schwinge mal ein bisschen, damit ich da oben wieder drankomme. Ja, ich würde mal sagen, ich beende mal hier die Folge, weil ich keine Ahnung, wie lange die schon geht. Ich glaube, die geht schon richtig, 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 richtig lang. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.